Hallo Leute, heute spielen wir eine Runde Cops'n'Rubbers auf unserem eigenen Server. Wegen Nets. Ja genau, aber egal. Und dabei ist Romiert. Jo jo jo, moin Leute. Und der ist Bulle und der stellt sich jetzt auf die Platte. Da oben, bei dem goldenen Block. Da. Hier oben drauf, okay. Ja, da ganz oben drauf auf die Druckplatte. Genau. Jetzt geh halt in die Kiste und hol die Sache raus und dann geh ich. Wo war's scheißen? Hey, wo seid ihr? Seid ihr in der gleichen Zelle? Nö. Ich töte mal. So. Sachen hab ich draußen. Hol mich da raus. Hast du dein ganzes Zeug genommen? Ja, ich hab das Zeug genommen. Wir stehen in die Zelle. Hol mich da raus sofort. Okay. Wir haben übrigens abgeenterte Regeln. Korra hat vergessen zu sagen, Cops and Brothers mit abgeenterten Regeln. Wir tun nämlich, ähm, 10 Minuten, wir müssen innerhalb von 10 Minuten versuchen auszubrechen. Und bei mir gibt's ein richtig schönes Rauschen. Warum innerhalb von 10 Minuten? Ach, dann hat der Bulle gewonnen. Ja, weil anzwischen kann der Bulle ja nicht spielen. Okay, ähm, Bulle, also hier gibt's Küche und... Kannst du mich mal rausholen aus meiner Zelle. Du kannst ja auch mit uns spielen und sowas, was du möchtest. Okay. Also, das heißt jetzt, ich habe hier vor mir eine Platte. Ähm, ich muss jetzt auf die Platte drauf, um praktisch jetzt dem Spiel zu joinen. Oder soll ich noch warten? Wenn du alles aus der Kiste genommen hast, ja. Alles klar, gut. Dann bin ich soweit. Help mir! Lass mich hier raus! Nein, lass mich erst raus! Lass mich bitte raus! Lass mich raus! Lass mich raus! Lass mich raus, Pumjad! Bitte! Bitte, ich will raus! Ich hab sogar Glowstone-Staub für dich. Komm, lass mich bei jemandem in die Zelle. Ich flieh auch nicht. Ich hab Glowstone-Staub für dich. Ja, komm, der, der vor mir ist. Komm mal her. Ich hab Glowstone für dich. Komm mal her. Tu den mal mir in die Zelle. Tu. Ich leuchte dir ein Licht. Ich hab ein Licht, eine Lampe gebaut. Du hast eine Lampe gebaut. Das Geile ist, ähm, ich hab zwar jetzt einen draußen, aber wo ist denn der andere? Ach, da hinten ist noch jemand. Ich bin hier oben. Da, wo die geuliche Lampe ist, die ja nicht hinpasst. Hey, der haut ab, der haut ab. Hol den dir wieder. Nein, 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 nein. Der haut ab. Ich kann nicht überrennen, scheiße, ich kann nicht überrennen, scheiße. Oh, bei mir bugt's. Bei mir bugt's. Bitte. Ah, der versucht auch abzuhauen, hör mal. Hilf mir, bitte, lass mich raus. Hans, ich bin oben. Ja, bei mir lag ich kurz. Da, wo der Glowstone ist, ich hab, ich hab, hallo, Korra, ich hab die zwei Glowstone abgebaut und da hingestellt, dass Romet uns findet. Wartet mal kurz, Leute. Ich grüß mal kurz, die auch rein. Romet, hier drüben. Ja, komm. Guck, da ist der Glowstone, dass du's findest. Ach, guck mal hier. Ich bin normal. Aber wenn ich dir jetzt den Rücken zudrehe, haus, dann bestell deine rein. Nein, ich hau nicht ab. Noch, kann mich mal jemand hier rauslassen? Ach, das sind die A2. Ich würde dich ja immer mal zumachen, gell. Das ist nur so ein Tipp, weil, ähm, da kommt Hans auch drin. Nein, lass mich raus. Lass mich raus, und ich schlag Korra. Au, hallo? Nein. Oh, hallo, der will abbauen. Ah, Mist. Wohin? Freiheit für den LBW. Ja, ja. Hab ich was geschafft. Oh, nein. Freiheit. Oh, komm schon, lass mich raus. Also, wir sind im Adventure-Mode, also, wir können nur solche Sachen wie Glas oder Leitern oder Hebel abbauen. Oh, sieht das geil aus. Ähm, du musst mal Dings machen, Korra, ähm, im Inventory. Romjad, warum brauchst du wieder von mir ab? Ich seh dich gar nicht. Äh, ich bin hier raus. Ach, guck mal da. Freiheit. Ah! Korra, komm dich raus. Nein, ich bin hier raus. Nein. Scheiße, ich hab... Komm raus. Freiheit für die Vögel. Ich komm hier nicht rein. Ich komm hier nicht rein. So, verdammter Mist, jetzt ist er von mir abgehauen. Ich bin wieder raus. Tschüss, Romjad. Ich kann jetzt auf der Mauer rumlaufen und runterhüpfen. Äh, Mauer? Du musst ihn dir holen. Ich bin frei. Das erinnert mich grad so an Hampty Dumpty das Ei. Hampty Dumpty. Was ist das? Das ist doch dieses Ei, was auf der Mauer tanzt und irgendwann rumfiel und zerbarf. Kenn ich nicht. Echt nicht? Ich auch nicht. So eine Uralt-Geschichte. Geh, Luca, ihr seht das Ganze aus der Sicht von Luca, weil meine Aufnahme leistet gerade doch zu fliehen. Ja, und ich hab schon geschafft zu fliehen. Ja, du musst ihn jetzt holen und bei uns müssen alle drei fliehen, haben wir beschlossen. Ja, genau. Und wenn ich geflohen bin, darf ich euch dann spectaten. Ich mein schon. Also, hör mal, das Ziel ist, für uns die Böden, auf dem Schiff zu kommen. Und ich renne grad zu dem Schiff hin und wenn wir da drauf sind, dann gibt's da eine kleine Druckplatte und dann sind wir sicher. Okay, ich bin irgendwo hingefallen. Aber also, das Problem ist, ich bin gleich tot, ich hab nur noch ein Herz und wenn ich sterb, dann spawn ich wieder in der Zelle. Nein, ich bin in der... Scheiße! Kann ich, darf ich mich tippen? Darf ich mich tippen, bitte? Warum? Da fiel einer aus großer Höhe. Ich bin in so einer... In so einer Röhre? Ich bin wo, drinnen. In der Röhre? Auf einer Druckplatte? Nein, ich bin nicht in der Röhre, ich bin ja nicht gestorben. Ich bin wo reingefallen. Ich hab Kloster und abgegraben und bin wo reingefallen. Scheiße! Wenn man so eine Zwischenfrage, wie sieht's denn aus, kann man hier auch Nahrung finden? Ja, in der Küche. Ah, alles klar. Bitte, Romy, jetzt lass mich raus, ich bin wieder in der gleichen Zelle wie vor. Das stimmt doch gar nicht, ich bin doch vor der Zelle. Was? Dann mich auf der anderen Seite. Kannst du mich mal zu... Romy, hier drüben. Kannst du mich... Ja, komm schon bitte. Kannst du mich... Ich weiß, wo es Essen gibt. Ich geb dir ganz viel. Oh, was war das? Alter Schwede. Komm bitte her. Romy, komm bitte. Bitte. Du darfst mich auch mit deinem Botten hauen. Echt? Ja, das zieht mir nur ein halbes Herz. Dankeschön. So, wer hat den Hebel jetzt hier abgebaut? Na super. Das war ja sehr schlau. Bau den anderen ab, da kannst du den anderen abbauen. Bau den anderen ab und bau den da hin. Ey, das sind ja alle Hebel abgebaut hier. Wer hat denn hier alle Hebel? Ich hab auch keinen abgebaut. Auf der anderen Seite sind noch welche. Geh mich mal bitte zu dir und mach mich dann in Game of 2, ich bin hier am... Hol die von der anderen Seite. Hast du einen? Ja, Dankeschön. Koray, jetzt tippe ich mich zu dir und irgendjemand soll nicht zu sich tippen. Komm doch schon. Dann zeig mal, wo es Essen gibt. Na komm, putt, putt, putt. Koray. Geh lang. Ja, warte mal. Bitte, ich muss... Ich will hier nicht mehr hier unten rumrahmen. Ich warte auch auf dich. Auf mich? Ja. Da warten viele drauf. Ich will den Klaus doch. Hallo, wenn ihr mich nicht tippet, ich bin irgendwo wo... Ich bin in der Zentrale, ich bin da runtergepackt. Ich hab'n Weg gefunden, ich hab'n Klaus schon abgebaut und bin dann in die Zentrale rein. Du musst mal die ganzen Thron gucken. Ich hab' dich im Auge, ne? Ja, guck doch, was da drin ist. Komm, ja. Komm, ja. Guck, nein. Ich geh auch da, sah hinten. Koray, schnell, Freiheit für die Tiere, würde ich sagen. Ja. Ja. Ich auch. Wohin ist hier? Hast du reingeguckt? Ja, da ist ganz viel Brot, ist da. Bitte schön. Dankeschön. Warte, ich mach' auf, du Rentsch. Guck mal, ich hab' das Wasser ausgemacht. Mach' du auf. Das sieht auf jeden Fall schon sehr nice aus, das alles hier. Was mir aufgefallen ist, hier sind verschiedene Türen, die du gar nicht bedienen kannst, ne? Ja schon, weil da ist ja ein Gefängnis. Naja, jetzt ist für mich die Frage, wenn du jetzt hier den Hebel abbauen würdest, ne, wo vor mir ist. Könntest du den hier dran setzen, um die Türe aufzumachen? Ähm. Ja. Äh, Tatsache. Siehste, das wäre für euch nur... Oh, jetzt hab' ich euch einen Tipp gegeben, ist ja blöd. Hallo! Wollte ich auch eisgelt mal ab. Ah! Geil! Oh fuck, wo ist der... Oh nein, ich muss ja in die Richtung, scheiße. Ich darf ihn nicht, ich darf ihn nicht. In der Kitchen ist die Tür offen, Hans. In der Kitchen ist die Tür offen. Wir sind schon draußen. Ach, das wart' ihr, die mich abgeschossen haben. Wir sind... Wir sitzen immer noch im Gefängnis. Ah, ja, 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 ihr sitzt nur im Gefängnis, alles klar. Weißt, du musst alle Türen wieder zumachen. Ja, das Problem ist, wenn die Hebel abgebaut sind, ne? Nein, der haut mir echt ab! So was blöd, ich bin so ein lahmer Bulle. Ich seh' nur meine ganzen Pfeile überall überall, wo's denn jetzt hin? Äh... Ich bin auf dem Kiesweg, ich geb' dir einen Tipp. Ähm, ja, aber... Nur so als Anmerkung, du kannst nicht... Da hast du ne Brücke zu dem Schiff und du kannst nicht über die ganze Brücke... Ab ner bestimmten Zeit kannst du nur mal drüberlaufen. Äh, ich krieg' dich! Ich glaub's ab hier! Na toll, ich glaub, ich glaub so ab hier! Äh, Luca, ich muss dir dann... Ich schick' dir dann... Oh, scheiße! Ich lebe noch! Ich hab' noch ein Herz! Nein, bitte nicht! Guck, da ist das Schiff, wo ich hin muss! Freiheit! Oh, fuck! Ah! Scheiße! Ich häng' fest! Wie komm' ich hier jetzt weg? Aber ich muss in das Schiff! Huuuuh! Boah! Du bist du... Scheiße! Wo bist du? Ich bin hier runtergefallen! Ich bin irgendwie hier runtergefallen! Du musst auf diesen goldenen Botten da drücken! Ja? Oh, scheiße! Muss ich jetzt hin? Jetzt kann ich mir rennen! Wo ist der? Oh! Ich wollt' wieder hoch teleportiert! Wer hat mich jetzt... Ja, ich weiß, weil du Bulle bist! Ah, das heißt... Das hab' ich dir doch gesagt! Das heißt, ich kann dich jetzt von hier oben schön... Flankieren! Kannst du das? Ja! Oh, sehr schön! Scheiße! Guck, guck! Bist du? Hallo? Bist du? Luca, gut, dass du aufnimmst! Bei mir katt' gerade Fraps richtig abtun! Ich sag' ich dir nicht! Sag' mir Angst! Ah, ich hab' ne geile Idee, da ist der goldenen Botten! Jetzt ärgere ich dich! Jetzt bin ich gleich hinter dir! Tschüss! Äh, wo bist du denn? Ich hab' mir geile Idee, da ist der goldenen Botten! Äh, wo bist du denn? Ich hab' mir gehalten! Ah, ich hab' mich hoch teleportiert! Wo ist denn das wirkliche Schiff, ey? Guck, guck! Guck, guck! Geil! Hier kriegst du ein Stück Seife! Hey, ist das die Brücke? Ich werde geprankt! Du musst nur runterhüpfen, da hast'n... Ja, ja, ich weiß! Das Problem ist... Das ist mir eben passiert'n... Piu! 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 Ich bin auch tot! Hey, Koray, du musst mal einen Story-Trick anmachen! Ich bin sonst wo gespawnt! Ich bin in der Redstone-Schaltung gespawnt! Koray, Hilfe! Ich bin in der Redstone-Schaltung gespawnt! Ah! Scheiße! Oh! Hallo, süße Redstone-Schaltung! Nein! Nein, 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 nein! Ich bin hier dran! Scheiße, 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 scheiße! Lol, ich bin unter der Map! Äh... Ja, was machst du? Was machst du denn da unten? Luca? Wir sind in der gleichen Stelle! Ich bin ganz woanders! Lol, die Tür ist offen! Komm mit! Hä? Du bist doch genau vor mir! Du backst doch hier rum! Wir müssen noch was erledigen! Nein, ich renne hier rum! Hab' ich doch! Hä? Du fliegst! Warum fliegst du? Äh, Luca! Und das wäre? Oh, jetzt bist du weg! Hi! Und was? Du weißt ganz genau, was mir noch erledigt ist! Verarscht! Luca? Was, Luca? Echt jetzt? Was? Luca, los, tu das, was deine Bestimmung würdig ist! Guck mal, wie der Hebel bei mir aussieht! Mach den wieder hoch, bitte! Und jetzt tu das, was deine Bestimmung würdig ist! Was geil ist, jetzt komm ich doch nicht mehr in mein eigenes Gefängnis rein! Hallo! Hä, warum? Wo bist du? Ich bin außerhalb vom Gefängnis! Lol! Komm mit Hans, ich zeig dir wo's rausgeht! Ja, ich weiß wo's rausgeht! Nein, komm mit! Anderer Weg! Anderer Weg! Ich brauch Essen! Ja, in der Kitchen ist doch die Tür offen, Idiot! Ah, gut! Ja, ja! Da steh ich ja vor! Ach so, scheiße! Hä, warum das? Ja, weil ich nen Eingang zum Ding in Zoom, zum Gefängnis! Und bei mir ist die Tür geschlossen! Nein, die ist offen! Du stehst nicht vor der Kitchen! Du stehst vor der anderen Tür! Komm, wir suchen den! Komm, wir suchen den, der steht nicht hier! Nein, wir laufen jetzt einfach weg! Ich such den jetzt! Ich lauf weg! Ich wollte schon immer zum Schiff! Okay, du musst da aber... Ach, da hinten! Ja, genau da an, wo du läufst! Da ist richtig! Ah, ich glaub, ich weiß, wo Romier das ist! Holt mich jemand aus der Zelle! Romier hat ja normalerweise vor der Tür und außen... Ja? ...nen Knopf! Okay... Oh, ich glaub, ich hab mich grad hoffnungsvoll verlaufen, irgendwie... Du bist grad an meiner Zelle vorbeigerannt! Ich? Wer? Ja? Guck mal raus, vielleicht seh ich dich ja! Ähm, ähm, Dings, Korai, TP, mal den zu dir und mach dann den zu dir! Ich will Romier finden! Romier, sag mal! Wann ist da? Ah, ich seh dich! Hallo, Romier! Wo seid denn ihr alle? Ich seh gar keinen hier! Nein, mir überhaupt nicht! Deswegen schießt du mich doch nicht ab! Hahahaha! Ich wollte nur die Tür auf! Komm mit, ich mach dir die Tür auf! Okay! Ja, schlag ihn! Guck, ich bin dann ein Netter! Ich bin dann ein Netter gefangene! Wo ist denn die Tür, wo ich dich aufmachen soll? Irgendwie bangen hier bei mir grad alle rum! Äh, wo war die Tür jetzt? Gute Frage! Hier irgendwo um die Ecke! Das ist aber eine schöne Tür! Wo ist denn das jetzt? Alter, wo ist denn die Tür? Ja, hier ist keine! Du 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 du! Ihr verarscht mich doch! Ihr lenkt mich doch ab! Ja, Hans ist ja schon längst beim Schiff, aber egal! Was? Wir lenken dich doch ab! Ach so, Romier, da bist du! Sorry, ich komm doch schon! Wo ist jetzt die scheiß Tür? Äh... Bist du, Romier? Ach, da bist du! Wo ist die Tür? Wo ist sie denn? Hier, ach da! Ja! Nein, Mama! Hier! Äh, ist das hier keine geheimnisvolle Tür oder sowas? Kanka, 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 kanka! Nein, das ist keine Tür! Was für eine Tür! Also für mich sieht das aus, als wäre das irgendwie so eine Schaltungstür, weißt du? Wenn man da einen Hebel dran macht, dann... Hier ist die Küchentür, komm mit! Ja, ja, bei mir bist du grad neben der Leiter hochgelaufen.